Gut, Katie. Müssen wir ein bisschen zusammenarbeiten. Erstmal ein paar Granaten. Okay, Granaten interessiert sie nicht. Wow, 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 genau. So. Das Ding macht ja auch null Schaden, ne? Gehen wir den nacheinander raus. Komm, stirb endlich. Alter, was hält denn der aus? Der Wahnsinn. War das wirklich schon alles? Hier war doch auch noch gerade einer. Hier. Na, was totes. Oh, oh. Oh, shit. Vielleicht hilft es ja. Ja. Ich höre das nicht nur, ich sehe das auch. Wieso treffe ich denn nix? Na toll. Deswegen treffe ich nix. Weil das Rohr am Weg ist. Kann das wieder mal rauskommen? Das wäre voll toll. Ähm. Torso, Bein. Oh, machen wir so. Alter, das macht ja gar keinen Schaden. Ach ja. Und diesmal kann ich mich nicht verstecken. Das ist viel schlimmer. Das muss echt n'n Witz sein. Katie, komm mal weiter zurück. Ihhh. Auf die Beine. Ja, okay. Ich wollte dich auf die Beine schießen. Däh. Diesmal habe ich nicht getroffen. Okay. Ich glaube, der hängt da fest. Naja. Schön wär's gewesen. 87% Komm. Wo schießt'n der hin? Der Vogel. Bauer. Warte mal. Ich muss mich mal heilen. Ich stand irgendwie in der Pumpe drin. Ah. Ich denke, es gibt eine Chance von 0,75% dass er Oh. Von 0,75% dass was habe ich denn da hingetroffen? Okay. Ich weiß nicht, was ich da getroffen habe. Ach komm, hau ab. Ähm. Die, die, die Gegner einzufrieren. Na gut. Achso. Was sind hier mit den kleinen? Haben die irgendwie Fleisch dabei? Nö. Oh, hier ist da noch irgendwas. Das zuckt noch. Ih. Es lebt noch. Stirb. Hier lebt doch noch irgendwas. Der nicht. Oh. Okay. Sektor aktiviert. Na gut. Was ist das hier? East Sektor. Könnte natürlich irgendwas was wässriges sein. Hier ist ja ganz viel Wasser. Okay. Was sind wir mit? Dann haben wir den Sektor schon mal. Ja, Oh. Oh. Welche waren die anderen Sektoren? Nördöstlich. Ich möchte mal eben schauen. Es gibt ja da bei dem Autokino sind ja diese Fässer im Wasser. Die kann man ja wegmachen. Damit die nicht mehr im Weg sind. Ich möchte mal eben schauen, ob wir hier auch irgendwas wegmachen können. Was ist das hier? Uran. Oh, das können wir wirklich wegmachen. Kalkstein. Buh. 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 Oh, oh. Katie. Wow. Hau ab. Hau ab von mir. Geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Verpiss dich. Alter. Wow. Da ist ja noch einer. Wo kommen die denn her? Hau ab. Äh, Torso, Gesicht? Ah. Aha. Ja. War so geplant. Kack nur. Große Fresse haben. Was sind wir denn hier? Da ist nichts drin. Irgendwas drin? Hier ist noch was drin. Der ist ja tot. Der ist ja tot. Oh, wir sind ja tot. Leuchtepilze. Ah, hör doch mal auf. Ja, ja, ich mach das ja schon weg. Der vergiftet mich hier. Hör ich nicht irgendwas an Kleidung? Decker. Vanille. Gasmaske. Schlau. Schlau. Schutzbrille. Rolltanzug. Natürlich plus 10. Was hat denn unsere SP? Plus 5. Ja. Ab. Ja. Ist egal. Ich bräuchte so einen Schutzanzug. Der war cool. Hilfsmittel. Haben wir irgendwas? Warte mal, wir haben doch hier so eine... Ähm... Erfrischungsgetränk. Genau. Feichern. Ah. Hallo? Alter. Die Strahlung ist ja echt heftig. Heftige Strahlung. Der hängt was an der Decke. Weiß nicht, was wir mit dem Uran machen können. Aber irgendwas werden wir damit... Ach, das ist nukleale... Äh, nukle... Nukleales... Nukle... Naja, halt Material, womit wir denn böse Sachen machen können. Hör auf zu lachen. Das ist nicht lustig. Ah. Ah. Wah. Wah. Neh weg. Katie. Katie. Äh. Wieso habe ich denn keine Granaten mehr? Habe ich denn nichts mehr zum Werfen? Das ist ja doof, warte. Irgendwas muss ich noch haben. Molotovs. So. Aua. Ah, brennen. Drecksfiecher. Brinnen. Au. Nein. Geh weg, guck mal. Torso. Gesicht. Das Gesicht ist nämlich... Aua. Das Gesicht ist... Ah, ah. Hilfsmittel. Ich brauche was. Für... Gegen. Für, für gegen. Rundfleisch. Trallung widerstehen. Warte, Medix. Erstmal ein paar Köterkeulen. Und dann Medix. Wo ist Medix? Maulwurstfleisch. Wenn du was davon nimmst, wäre es schön, wenn du... Ja, ja. Ja, ja. Willst du wieder Drogen haben willst, ist schon klar. Ja. Ja, komm schon. Stirb, du. Kleines. Kleines. Leuchtendes. Bugiges. Drecksvieh. Wo ist das Vieh? Einer lebt genug. Da ist er. Tuha. Bei dir. Hallo. Zeitlupe. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wieso muss ich eigentlich immer dann nachladen? Wenn die blöde Zeitlupe läuft. Ah, er schockt mich doch nicht so, du Biest. Kampfgewehr, gewaltig. Ja, 25% mehr Schaden. Hm. So. Wo haben wir Mutanten, Mutantenhundfleisch? Ich hab gar keins mehr. Hm. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, wir haben nichts, was dagegen hilft, ne? Naja, gut. Naja, gut. Okay. Ich mach das jetzt erstmal, das nukleare Zeug hier weg. Das ist echt krass. Hängt da denn da noch was? Leuchtet nur so aus Spaßgrün. Wo ist denn da noch was? Da oben. Wäre echt schön, wenn man ihm wie so einen Schutzanzug hätte. Oh. Da oben. Da oben. Hau ab. Hau ab. Ich geh mir. Ach綽zil. Da oben. Nein. Nein. Ja, ja, tot. Das hier sind alle tot. Schwitz. Alter. Nicht, dass ich viel verstrahlt wäre. Nein. Kommst du denn da rauf? Ach ja. So. Mal ein bisschen speichern. Dann machen wir das Zeug erstmal von der Decke hier oben weg. Da hängt nämlich noch was. Dann krieg ich hier nämlich Strahlung ab. Hat da noch was? Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. So. Machen wir alles hier nach und nach weg. Was? Wo denn? Hose. Und weg ist er. Uiuiui. Hey, das können wir so mitnehmen. Oh, hier. Kiste. Papier. Tiddybär. Tiddybär. Asbest. Okay. Ja, jetzt packen wir mal so ein. Maisflaschen. Daydrybär. So. Da ist auch noch eine Tür. Warte mal. Erstmal speichern. Eine Tür. Fels. Türfels. Felstür. Können ja auch wieder sonst was hinter sein. Oh. Ja, sonst was oder? Unser Freund, der Robby Rob. Und er ist nicht gerade. Nett. Linkes Bein. Uiuiui. Na komm. Bring ihn dazu, dass er pfeift. Alter. Er will nicht pfeifen. Er will nicht pfeifen. Nein. Er will nicht pfeifen. Er will doch pfeifen. Das wäre die Chance gewesen. Deinen Kern rauszunehmen. Ah, toll. Los ab, ey. Der. Sicherheitsoperationen rücken. Ja. Ist mir so offen. Jetzt. Jetzt. Nein. Toll. Der verarscht mich. Der verarscht mich. Mensch. Ich weiß. Ja. acion. Ja. Ich weiß. Vielen Dank.